ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das ist die Frau Kroh, mit dem hier fahren wir. Wir fahren zusammen auf Afrika. Da ist es dann! Ich dürfe die Fans auch grüßen. Grüße an die Fans. Jawoll, also grüße die Fans. Abonnieren! 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 Schauen wir mal! Da ist die Stimmung hier. Demnächst wird es dann so sein. Da haben wir dann noch irgendeinen Apfelsstein. Mit Spaß und Action. Da kann man das auch anschauen. Hier dann da. Wenn unter den Zehntel der Apfelsstein. Da kommen ja noch viel, viel mehr. Es ist schon spannend, wenn es dann alle da sind und da so los ist. Weil im Moment sind es ja nur ganz, ganz wenige. Irgendwann sind es dann alle da. So und da sind sie jetzt. Jetzt haben sie es geschafft. Jetzt gehen sie feiern am Bergfest. Jetzt sind sie von dannen oder den. Und ich muss noch unterschreiben. Das war natürlich jetzt gleich noch. Schreibe ich noch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Feiern heute. Ja, also das sind sie jetzt. Die haben jetzt Abschluss. Die malen sich jetzt gerade alle voll. Ja, da kommt noch einer. Der wird auch noch mit drauf. Ja, also Tag 2 der Bausenhof Party. Heute ist Musik fertig. Jetzt haben wir BWR fertig. Ich will dann eigentlich nur noch Werke. noch sind sie nüchtern. Noch sind sie nüchtern. Noch sind sie nüchtern. Nicht mehr lange. So. Jetzt haben sie aber gute Musik aufgelegt. Jetzt hier im Bausenhof. Und es ist immer Brauch, dass die Leute dann anfeuern und Humpa Humpa machen. Ich habe noch keine Humpa gemacht. Kennen Sie das? Ja. Auch da ist der Erik. Und der Herr Süßner. Der unterschreibt jetzt auch sein T-Shirt. Das macht er sehr gut, der Herr Süßner. Ja. Ja. Also da. Ja. Also ihr muss... Ich muss jetzt beide hier unterschreiben. Scheiße, es tut da seine Stimme. Machen Sie das Loch? Nein. So, jetzt habe ich unterschrieben. Und Sekunden ist es. Und da kommt so eine Hexe. Ja. Wie fühlt man sich so nach bestandener Prüfung? Super. Das Wetter ist auch gut. Ja. Aber es könnte noch heißer sein, gell. Viel Trinken bei der Hitze. So. Und jetzt hier wieder das klassische Anmalen im Gesicht hier. Dass auch jeder gleich erkennt, wo die herkommen. AK22 hier. Ja. Das war der Schulgang. Jetzt müssen die Schüler wieder reingehen, gell. Und das Sehklässler geht heute auch wieder zum Feiern. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist sehr schön. Aber dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß hier, gell. Feiert schön. Ja. Viel Trinken bei der Hitze. Ja. Viel, viel Trinken. Und da auch noch die Nächsten unterstetten da. Oder ein Mäuschen. Juhu. Ja. Toi, toi, toi hier. Spaß im Action. Ja, liebe Fans. Ich empfehle euch die Schule. Heute ist es soweit. Jetzt ist es fast ganz toll. Dahinter müssen jetzt, glaube ich, die Prüfung. Und wir haben euch jetzt die letzte Prüfung. Es ist heute der Tag der Werkenabschlussprüfung. Dahinten ist der Drang. Da steigt es der Nachschlussprüfung. Und ja, ich frage sie mal, wie sie sich so fühlen gerade. Wie fühlt ihr euch jetzt so am Tag vor der letzten Abschlussprüfung hier? Gut zur Lücke vermutlich. Ja. Denn also, so schauen es jetzt aus, wenn sie noch unbemalt sind. Später werden sie sich dann vermutlich wieder mit Eddie in den Gesichtern vollschmieren. Und sonstige Sachen machen. Und ja, ich wünschte ihnen jetzt ganz viel Erfolg natürlich für die letzte Prüfung. Und dann sehen wir sie später noch anders angemalt. Und dann kommen sie dann in der Pause. Und dann feiern sie plötzlich. Uuuuuh. Also, ich wünschte euch, dass wir uns nicht zufrieden haben. Das Video, das werdet ihr schon mal sehen. Aber wir haben noch was für die Nachwelt. In diesem Sinne. Einen die Abends nach oben? Ja, ja. Aber sowas tue ich nicht öffentlich machen hier. Das ist ja peinlich für euch. Ne. Würde mal schauen. Ja, da ist es wieder vorbei. Jetzt sind wir alle da. Aufs Nudr! Und alles ist wieder da! Freuen sich! Freuen sich! Alle fit da! Ja, also da ist jetzt schon der erste Mal wieder für ein T-Shirt. Und der steigende zwei natürlich. Und auch lauter Aktuelle und der Departzeit. Ja. Knapp drei Stunden später, schauen sie schon so aus. Jetzt ist Party angestakt hier. Und los geht's. Jetzt wird hier gefeiert und Party gemacht da, die Asenhof-Party jetzt, also heute alle Tanklässler noch mal da, oder auch uns, oder auch nicht, aber sie freuen sich nicht. So, jetzt malen wir uns an bitte. So, da lacht ihr, da lacht ihr. Das ist immer schön. So, wie fühlt man sich jetzt so, nachdem man fertig ist? Ist das ein gutes Gefühl? Ich frage, ob man bestanden hat oder nicht. Ja, hast du bestanden auf Mainz? Sie glaubt schon. Also sie glaubt, sie hat bestanden. Ich weiß natürlich andere Sachen, sie hat bestanden vielleicht. Aber ich weiß es nicht, also man weiß es nicht. Ja, und da, der Meier Philipp, Kreuzgeschock nächstes Jahr. Aber da nicht beim Feiern das Bein brechen, gell? Ja, gell? Ja, da haben wir auch noch ein paar Mädels, die jetzt endlich fertig sind und sie freuen sich, weil sie es geschafft haben. Und da auch der Herr Süßner, und er schreibt jetzt bei seiner Klasse auch ein T-Shirt. Und da ist die Mickey Mouse. Jawohl. So, Freunde, es spricht der Erik. Jetzt hat er es geschafft und er kriegt ein Autogramm von der Frau Groh. Weil er es geschafft hat. Spiel mal was. Tu mal so, als ob du das kannst. Super, also der kann das, der hat das nicht nur so dabei, der kann es. So, und da ist auch wieder Big Party. H! Gib mir ein U! Gib mir ein M! Ein A! HM! HM! Gib mir ein HUM! HM! 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 H想 von uns, Joyce! HM! HM! H Hotboy Rasmus! HM! Gibt ein Hundlang! H barehọngenlya! Ich bin nach zwei Jahren Corona und bin ja alles verlaut. Wer lernt jetzt zwei Jahren Corona-Wand, das können wir nicht mehr. So, ja da ist was los hier am Bausenhof. Laute! Hört man ja nicht! Das ist ja das für Box! Mach mal laute! Das hört man ja gar nicht! Wahnsinn! Jetzt diese Endlinge haben wir aufgewacht und sagen, jetzt feiern wir an. Das passiert gar nicht mehr, aber jetzt feiern sie. Jetzt feiern sie. Na, Elie haben wir da. Wunderbar! So muss es sein hier, da ist Stimmung da. Es regnet! Hey, das ist doch die Wertebotschafterin! Sie hat es geschafft, unsere Wertebotschafterin! Sie freut sich! Schau und schau! Hey, die haben so einen Penis ins Gesicht gemalt! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Wahnsinn! Du, Nele, du hast da was im Gesicht angemalt. Ein bisschen was! Ein bisschen angemalt! Feiert schön, gell? Danke! Tschüss! Tja, das war es jetzt dann schon. Da sind die Lehrkräfte, die froh sind, dass sie es geschafft haben. So laut schreien müssen wir noch ganz leise finden. Aber sonst hätten wir nichts gehört. Ja, und da ist schon der Vollerwagen vorne. Da ist der Vollerwagen. Ja, hallo! Und ganz wichtig, gell? Die Schüler müsst ihr da lassen dann. Die dürft ihr nett mitnehmen, die könnt ihr nicht trinken. Die kann man leider nicht trinken. Ja, und jetzt. Das war es also hier. Mit der wunderschönen Knausenphase. Irgendwann ist doch der Abschlussstreik. Ich bin ja mal gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Das war ja wahnsinnig. Aber immerhin haben sie eine Spritzpistole dabei. Und da... Hey! So! Jawohl! Das ist der Philipp. Philipp, was hast du da mit einer Hand gemacht? Oh nein! So, und jetzt wird noch ein wenig Party gemacht? Ja! Sehr schön! Super! Also saufen natürlich. Ich bin zwar jetzt derfena konsultiert, weil die appearance oder schielen ist... when romantic das stieß. odd Halt aus den Jemen extra deiner und jetzt wieder zeigen euch doch... Na? Boah? Jetzt, wo es rummelt, fangen wir an zu sitzen. Ja natürlich, also mein letzter Unterstück und dann gehe ich in den Unterricht. Also unterschreiben wir da. Und dann unterschreiben wir noch da. Ja dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss. Schön war es, wird ja super toll. Euch noch viel Spaß, feiert ein bisschen und verletzt euch nicht. Dann noch ein Lied mit eurer Lehrkraft. Wir haben alle zusammen noch ein Bild. Abschlussfoto. Du willst nicht mehr drauf, oder? Einwandfrei. So. Aber es geht weiter. Ja. Okay, also alle da mal zusammen. Alle zusammen. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Muchacha baila la cumbia, aunque sé que no me quiere Muchacha baila la cumbia, aunque sé que no me quiere No tengo los ojos negros, pero te doy mi cariño No tengo los ojos negros, pero el corazón moreno Chacha baila la cumbia, aunque sé que no me quiere Aunque sé que no me quiere, muchacha baila la cumbia, aunque sé que no me quiere No tengo los ojos negros, pero te doy mi cariño No tengo los ojos negros, pero el corazón moreno Vamos un paso pa' delante, vamos un paso pa' atrás Date una vuelta chaparita, suavecito y dame más Yo me agarro mi sombrero, yo me agarro el cinturón Con el paso pistolero, para bailar el cumbio 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 Música Vamos un paso pa adelante, vamos un paso para atrás Date una vuelta chaparrita, suavecito y dame más Yo me agarro mi sombrero, yo me agarro el cinturón Con el paso pincelero, para bailar el بنio Vamos un paso pa' delante, vamos un paso pa' atrás Date una vuelta chaparrita, suavecito y dame más Yo me agarro mi sombrero, yo me agarro el cinturón Con el paso pistolero, para bailar el cumbión 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 Vamos un paso pa' delante Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leut Mit dem Kau ist Schluss für heut Pauschen, Pauschen, mach doch weiter Ja, das Männchen auf die Leiter Seh und Pinsel und Stehwende Drei für Scherze ohne Ende Machst ja manchmal schlimme Sachen Über die wir trotzdem lachen Wer ist denn du bist, wir kennen dich Sohn, nur Farb und Pinselstrich Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage Ich komme wieder, keine Frage Wir sehen uns noch nicht ins Vielen Dank.